Hallo, ich bin Nomsi und heute beschäftigen wir uns mit dem Englischen. Dieses Video handelt von den nichtbestimmenden Relativsätzen. Allgemein über Relativsätze sollte erwähnt sein, dass es sich dabei um einen Nebensatz handelt, der durch ein Relativpronomen eingeleitet wird. Er bezieht sich auf den ganzen Satz oder auf Teile davon. Eine wichtige Gruppe von Relativsätzen sind die nichtbestimmenden Relativsätze. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com. Compt. Untertitelung des ZDF, 2020